Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf dem Premium Wanderweg Offizierspfad Imsbach Tafeltour unterwegs. Die Strecke hat etwa 11,1 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Eiger Meuer. Guten Morgen. Ich bin Mäste und ich habe den Teig er sagt, es geht jetzt mal weiter aus. Unsere Kamera steht gerade auf einem Grenzstein, und zwar durch dem Saargebiet und dem Deutschen Reich von 1919 bis 1935. Und zwar durch den Saargebiet und dem Saargebiet. Und zwar durch den Saargebiet. Ich denke ich, dass ich zwei, drei, vier, vier, vier! In der Nähe des Viertesfarben gibt es ein thirsty, und zwar im Saargebiet. Wie schön. Ansonn baue K别 ins Zidig Töten Schüphers Jäber Der Wald hier beherbergt kleine Wichteln. Und den Weihnachtsmann auch. Der Wald hier beherbergt kleine Wichteln. Der Wald hier beherbergt kleine Wichteln. Der Wald hier beherbergt kleine Wichteln. Davon hätten wir uns mehr gewünscht, denn er heißt der Offizierspfad und leider sind wir auch auf sehr vielen breiten Wegen gelaufen. Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao! 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 Alle, bis Ende. Ciao, ciao und bis nächste Woche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sous-titrage MFP. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.